Es ist von Person zu Person sehr unterschiedlich, was einen größeren Ausschlag hat. Manche werden sehr stark vom äußeren Reizen angezogen, so wie sie sehen einen Schokomuffin und denken, das muss ich jetzt essen oder sie riechen ein gekriechtes Hähnchen und müssen in die Richtung laufen. Manche andere werden davon gar nicht beeinflusst und können das sehr gut aushalten oder selbst kontrollieren. Das ist von Person zu Person sehr stark unterschiedlich.